für alle die es bei unboxing und streaming noch immer nicht verstanden haben man kann ein live video machen aber man ist nicht verpflichtet hier zu schreiben oder zu antworten es wird halt wie gesagt vor produziert und an dem tag wird es freigeschalten und ist das video auch viral also es hat jetzt nichts damit zu tun dass ich keine lust auf schreiben oder der sache hätte also ich bitte euch wirklich um rücksicht also wenn ihr selbst youtube videos machen würdet und ich so kommen würde dann würdet ihr euch bestimmt auch nicht freuen und viel spaß mit meinen videos und geduld ist die porzellankiste